Ich begrüße Sie herzlichst in der Baumschule Patzelt in Memmelsdorf. Ich stelle Ihnen heute mal unsere beiden Esel vor, Camillo und Pepone, die wir auch zum Wandern verleihen. Die Wanderstrecke ist meistens um Schloss Seehof rum, sind wunderschöne Weihergegenden. Ansonsten werden Sie auch oft zu Weihnachtsveranstaltungen verliehen, das ist hier in Memmelsdorf zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt, wo Sie dann sich freuen, wenn die Kinder Ihnen ein paar Streicheleinheiten geben. Ansonsten stehen Sie hier bei uns in der Baumschule Patzelt in Memmelsdorf und haben auch eine Koppel, wo Sie im Frühjahr und im Sommer frei laufen dürfen.